Wie heißt es? Ich habe es gelesen. Feltins Arena. Ich habe es gepostet auf meinem Instagram. Scheiße. Wie viele Tore fielen insgesamt letzte Saison beim Auswärtsspiel auf Schalke? Vier. Insgesamt? Fünf. Vier eins. Vier eins, fünf. Ja, insgesamt vier, fünf, eins. Sorry. Wir haben gegen Schalke geschossen. Beide spielen. 33. Spieltag. Ne. Nur das Rückspiel auf Schalke. Ah, fünf eins. Fünf eins. Sechs. Zusammen. Nein, fünf. Vier eins haben wir gespielt. Ah, fünf. Vier eins. Vier. Vier. Zusammen. Aber wir bitten. Ah, fünf. Ah, okay. Fünf. Fünf. Das ist recht, ne? Gesamt. Ah, okay. Aus welcher Stadt kommt Schalke? Ah, grüß man. Grüß Kirch, ne? Ja. Grüß Kirch, ne? Ja. Grüß Kirch, ne? Grüß Kirch, ne? Grüß Kirch, ne? Gell, sag Kirchchen. Das ist auch Kirchchen. 0-4. Felix Magath, Armin Fee, Ottmar Hitzfeld oder Thomas Schaaf? Felix Magath. So. Boapai. Magath. Wie heißt das Stadion auf Schalke? Ja, ja. Boah. Bier. Boah. Bier? Nein. 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 Wie heißt Schalkes Maskottchen? Otti, Werner, Öse oder Erwin? Erwin. Was sind die Vereinsfarben von Schalke? Blau und Weiß. Ja. Blau und Weiß. Blau und Weiß. Wie oft wurde Schalke 04 Deutscher Meister? Sechs. Sieben Mal. Sieben Mal. Sieben Mal. Sieben Mal. Buh. 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 Null. Ein Mal. Welche Trikotfarbe hatten wir auf Schalke an? Auswärts war Weiß. In Weiß. In Weiß. Ich habe Weiß gesagt. Und wer schoss das vierte Tor für den VfL auf Schalke? Ich. Jean-Victor. Ah, jetzt bete ich dafür. Kevin. Ich? Nein. Wählt. Gini. Nein. Joao. Bravo. Ja. Ich glaube, ich habe einen Blick gegeben. Und wisst ihr noch, wie der Schiedsrichter heißt, der auf Schalke geprüft hat? Das ist gemein. Ja. Keine Chance. Keine Chance. Sascha Stegemann. Sascha ist nicht. Ja. Das war ich auch nicht. Das ist schwer. Und auf welchem Tabellenplatz landete Schalke 04 am Ende der vergangenen Spielzeit? Wie vierter sind sie geworden? Achter. Neunter. Zehnter. Zwölfter. Ja. Zwölfter. Boah. Fertig. Danke. Neunter? Nachdenken. Ich verstehe. Ich geh halt gerade rüber. Ich sage doch einen tollen Teil. Spuren gesend. 但 bin eine kleinere, die summarize in die Easy dangatura ist. Nein. Ich habe ihn zu Hause taus gimmass gevangen. Untertitelung des ZDF, 2020